Hallöchen und Willkommen zurück zu einer neuen Episode von Dragon Age Inquisition. Ich habe jetzt tatsächlich mal noch einen Bereich gefunden auf der Karte in der absoluten oberöden Ödnis hier und den habe ich tatsächlich schon mal gesehen damals, das war sogar in einer Videoaufnahme und habe den aber ignoriert. Das ist natürlich ungünstig, das war hier drüben nämlich und ich bin hier noch mal Ewigkeiten rumgelaufen, habe dann mich hier in teleportiert und bin hier runtergelatscht, nachdem ich dann mal, ja, nachdem wir die Idee losgegangen sind, weil überall Sandstürme und sowas und ich bin mal gespannt, ob jetzt hier noch Gegner treffen wollte ich nicht sagen, aber nein, ich wollte eigentlich sagen, ist das hier so dunkel? Nein, ob man hier tatsächlich jetzt mal eine Lösung findet für das, was Phoryphäos hier sucht, dann nicht irgendwelche alten Zwergenartefakte. In dem Grab mal hier scheint das ja tatsächlich irgendwas zu geben. Denn ehrlich gesagt habe ich jetzt sonst keine weiteren Ideen, was man hier machen könnte in der Zone hier in dem Gebiet. Ich weiß es nicht, also dann irgendwie ist ja, gibt ja das Tagebuch auch nicht so wirklich viel her. Also ich muss jetzt noch irgendwie Tagebuchseiten finden. Ja, Grab von Farel, sehr schön. Ja, wie gesagt, also das Tagebuch gibt ja leider Gottes auch nicht mehr her, sodass ich nicht weiß, was ich jetzt noch hätte machen können, außer hier rumzueiern. Oh ja, ist irgendwas in der Nähe. Irgendwas ist das? Ein Drache, hoffe ich. Äh, wo? Wo denn? Was denn? Wer denn? Ein Drache, hoffe ich, man. Dann sagt er wieder, äh, was habe ich noch verbrochen, dass ich heute vom Drachen gefressen werde, oder irgendeine Art. Ihr seht nischt. Verdammter Hacker. So, Iron Bull, du kannst mal hier schnell was zu dir nehmen. Mal kurz in die Binde kippen. Ja, ich würde sagen, dann gehen wir einfach mal nach unten. Irgendwie. Ach, da unten liegt der, wenn ich das richtig sehe. Halleluja. Äh, ja, ich speichere mal. Ja, ich weiß, habe ich gerade erst gemacht, aber ich speichere nochmal. Doppelt hält besser. Ich komme jetzt eigentlich hier so ohne weiteres rüber. Okay. Sandheuler. Ja, ja, Hallöchen, Mensch. Er ist genau zwischen uns und diesem Gebäude. Macht er das mit Absicht? Ja, das werden wir gleich rausfinden. Aber er schläft noch. Oh, unsanft geweckt. Tut mir aber schrecklich leid. Was kann der denn überhaupt? Level 20, äh, linke sind dabei. Äh, vorderbein hast du nicht gesehen. Würde man ja gerne wissen. Höhere Feuerresistenz ist natürlich total blöd. Anfällig für Kälteschaden. Aber nur 226.000 ledig. Und das ist ja noch überschaubar. Ja, Feuerschaden, Immunität ist natürlich extrem blöd. Gerade wenn meine Feuerhunde mal extrem wichtig ist für den Schaden. Naja, aber besser als nix. Och, nö. Och, och, nö. Hör mal auf hier. Jetzt macht er wieder so ein scheiß Schild. Das kann man ja Gott sei Dank schnell weghauen, aber... Mono Momento. Achso, ich lieg gerade auf dem Boden. Auf ihn mit Gebrüll hier. Und Iron Bull ist schon am abkratzen. Und Iron Bull ist schon am Abkratzen. Äh, dieses Schild nervt extremst. Naja. Ich meine, es ist ja relativ schnell weghauen, aber trotzdem ist es halt immer so ein... Ja... Eine Sekunde ist es ja nicht, sogar mehr. Also ein paar Sekunden, die man halt vertrödelt, wo man halt keinen Schaden machen kann. Ich kann mir Iron Bull mal erklären, was er da macht, außer rumstehen. Also irgendwie ist das hier... Ich weiß ja nicht. Ein bisschen Bucky hier in dem Gebiet. Ja, ich habe wahnsinnig viel Schaden gemacht. Dadurch, dass er in der Zeit rumspringt, bin ich irgendwie auch nicht nahe gekommen. Ja, mein Dings, äh... Mein Fokus, äh... Meine Fokusfertigkeit werde ich noch aufheben, falls irgendwas passieren sollte bei 50% oder so. Der letzte Kampf gegen den, äh, anderen Drachen, ich weiß gar nicht, wie er hieß, äh... Ähm... Hochlandwüter oder sowas? Genau, ja. In, äh, Entpristillierung. Der Hochlandwüter, der war ja schon extrem ätzend. Am Ende hatte ich ja im Prinzip nur noch den... ...eigenen Helden zur Verfügung. Und die anderen lagen alle tot im Dreck. Das möchte ich jetzt unbedingt vermeiden. Na, ich werde gleich mal hier so ein... ...so ein Wienenschwarmen-Dings draufzimmern auf den Drachen, wenn das Schild weg ist. Bam! Boah, Jungs. Äh, sorry, aber... Ne? Am wohl, du kannst auch mal ein Stück zur Seite laufen, wenn du es schon liest, dass du hier gerade flambiert wirst von einem Drachen. Nein, der Horst bleibt natürlich mittendrin stehen. Ganz großes Kino. Äh, sorry, aber... Was macht der denn da die ganze Zeit, sag mal? Der steht nur dumm rum. Oh, vorderbein. Nudelt auch schon extremst, also es scheint tatsächlich hier auch mal gleich auf den Boden zu gehen mit ihm. Was mich so ein bisschen wundern ist, dass er nicht mal irgendwie losgefühlen ist bisher. Eigentlich guckt kein Wert drauf. Irgendwie ist da schon was auf der Karte zu sehen unten, auf dem, äh, Mini-Kompass. Links rüber, da ist irgendwo noch ein Gegner. Ich weiß nicht, was ist, ob der dazugehört hier zu dem Kampf, oder... Äh, haben wir wieder ein Schild. Gar nichts großes Kino. Na ja, es scheint aber irgendwie in den Gegner zu kommen. Man sieht das ja auch auf dem Mini-Kompass. Aber ich sehe sie nicht, davon abgesehen. Ah, sehr schön. Er liegt im Dreck. Auch hier mit Gebrüll. So, ich würde sagen, dann können wir mal ganz kurz, äh... Na, ich wollte gerade die Fokus-Fertigkeit einsetzen. Es scheint jetzt tatsächlich nichts mehr zu kommen. Ich sehe auch nicht, was da sonst noch so ein Viehzeug rumspringt. Ja, wenn der Schild weg ist, dann haue ich der Ding mal drauf hier. Dann nimmt er nochmal ordentlich Schaden. Das müssten also 1.400 Schaden pro Kick sein. Das ist eine ganze Menge. So, Freundchen. Hm, Moment, falsch, Tasse. So, genau. Ach, betäubt. Ist doch nicht wahr hier. Oh, da kommt irgendwas. Aha, alles klar. Gut, da kommen seine Freunde. So, machen wir die gleich mal weg hier. Sehr schön. Hat bei dem aber deutlich weniger Schaden gemacht. Ich dachte, das war... Bei dem letzten war das mehr auf jeden Fall, glaube ich. Naja, aber er ist gleich down. Sollte nicht mehr das Problem sein. Es sei denn, er bringt jetzt hier nochmal tausend zumal seine kleinen Mini-Viecher an. Oder sein blödes Schild oder was auch immer. Der so eine Frostrune oder sowas hätte natürlich was, wenn man die auf die Waffe gesockelt hätte. Aber naja, geht auch so. Müsste man zwangsläufig mal testen, ob man vielleicht mit einer Drachentöter-Rune besser kommt oder mit einer Frostrune oder so einem Viech. Aber naja. Jetzt so in dem Spiel, jetzt gerade in dem ich mich bewege, ist es egal. Wie man sieht. Ich komme jetzt aber nicht mehr so wirklich ran an ihn, weil der ganze Zeit hier so dumm rumspringt. Och, Iron Bull, ey, sag mal, kannst du doch nicht mal so ein kleines Drecksviech töten? Ja, er ist down. Der Sandhäuler, der Letzte der großen Drachen. Lügner. Korrekt, aber wir leben alle noch so. Wir plündern die Überreste. Morobe des Hohen Hüters. Formulett der Ausdauer. Maximal Ausdauer bis 50. Ist gar nicht so schlecht. Rüstung des Gottesritters. Schwer Rüstung. Das wäre ja vielleicht was für Kessentra. Eine Frostrune. Ja, das ist jetzt nicht so überragendes Zeug. Gut, aber ich meine ja jetzt so kurz vorm Ende. Aber jetzt so kurz vorm Ende wird wahrscheinlich noch nicht mehr so wahnsinnig viel Zeug kommen, was man, oder was halt noch so extrem viel besser ist. Nur so einzelne Verbesserungen halt quasi, in einzelnen Slots oder sowas, aber komplett neue Ausrüstung eher unwahrscheinlich. So, hier ist das Grab mal, wie es scheint. Also der Eingang zum Grab mal. Hallo, ist jemand zu Hause? Hallo, guten Tag. Das ist für ein lausiger Empfang hier. Und das letzte Musik hat er auch gefunden. Sehr schön. Hier sind irgendwie die Gegner zu sehen. Wo kommen die denn her? Nehmen wir mal wieder ein neuer Dolch. So eine Rune habe ich noch nie gesehen. Waren die Venatori hinter ihr her? Ihr halte das Erbe eines Paragons in der Hand. Dafür haben ganze Reiche getötet. Ach, was sage ich. Sie tun es bis heute. Was sie auch bewirkt, sie ist vermutlich alt und unbetalbar. Also lasst sie bitte nicht in den Sand fallen. Ich dachte, ihr interessiert euch nicht für Zwergengeschichte. Ihr wollt einen Lexikon-Eintrag? Dann frag doch jemand anderen. Nicht so abwertend hier, junger Freund, ne? Äh, war okay. Was haben wir denn jetzt hier noch? Notizen über die Ödnis. Ja. Ja. War das nicht immer nur so eine billige Frostruhne, sag mal. Ob ich mich da verguckt. Aber irgendwie, ja, scheint es das ja hier gewesen zu sein. Sehr, sehr unspektakulär zu Ende, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, ähm, äh, ja, das wirkt halt auch insgesamt wieder so unfertig. Irgendwie so, jetzt so ein Cut, der überhaupt gar keinen Übergang zu irgendwas liefert. Also irgendwie, nochmal Hinweis drauf, auf Kompheus oder weiß ich nicht. ach, ich tue mich schwer mit der Zone, muss ich ganz ehrlich sagen. Bin ich mir nicht so ganz sicher, was ich davon halten soll. Das ist halt irgendwie alles nicht so, wie ich es erwartet hätte. Und wir gucken mal hier schnell noch ein bisschen in den Ruinen rum, ob hier noch irgendwas rumliegt. Da vorne vielleicht, ach ja, einen Moment, da lag ja noch irgendwo das komische Ding ins Kirchens rum hier, wo es geplinkt hat, vorn. War denn das war doch hier, äh, links irgendwo, glaube ich. Oh, ist das dunkel hier. Verdammt. Und hier links irgendwo, glaube ich, oder? Na genau, hier oben in dem Ding müsste das eigentlich drinnen sein. Ich vermute mal, ist es noch eine Tagebuchseite. Fehlt mir dann also noch eine. So die Theorie zumindest. Ja. Ja, da fehlt mir noch eine Seite. Was war denn das da oben gerade? Ja, hab ich gerade verguckt. Ja, scheinbar. Ähm, ja, eine Tagebuchseite fehlt noch. Hier drüben ist noch irgend so ein Gebäude, glaube ich, hier unten. Schauen wir uns natürlich auch nochmal an. Vielleicht finden wir da noch irgendwas. Tja, hier ist scheinbar auch nichts los. Ja, okay. Hm, 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 hm. Tja, ich würde sagen, dann geht es erstmal zurück zur Himmelsfeste. Ich mache dann heute schon mal ein bisschen früher Schluss als ja, sonst immer. Ich bin dann ein paar Minuten eigentlich Zeit zum Aufnehmen, aber naja, wie gesagt, bevor ich jetzt hier irgendwie noch weiter rumsuche, mache ich mir ein bisschen schlauer, was hier noch als nächstes zu tun ist. Und ja, ich würde sagen, beim nächsten Mal einschalten nicht vergessen, dann geht es dann weiter hier mit der Story von Dragon Age Inquisition. Und bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Alles klar, wir sehen uns. Ciao, ciao.